Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutschla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, bis einer weint. Und für dieses Achievement müssen wir den Rat des Blutes im Schloss Nassria auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir insgesamt vier verschiedene Weinflaschen geworfen haben. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Im Endeffekt spielt ihr den Kampf komplett normal, bis auf die kleine Tatsache, weil, dass die vier Weinflaschen geworfen werden müssen und diese könnt ihr werfen, indem ihr Diener anklickt, die am Rand hier spawnen, auf die Marks, die wir gestellt haben. Und zwar seht ihr, haben wir vier Marks aufgestellt. Die sind immer etwa in der Mitte von diesen Bögen. Und dort spawnt ein Diener alle Minute. Der bleibt zu 10 bis 20 Sekunden dort und dann die spawnt er wieder. Und in der Zeit müsst ihr da schnell hingehen, ihn anklicken. Das kann jeder aus dem Raid machen. Die werfen die Flaschen einmal drauf und sobald ihr vier geworfen habt, wird das Achievement dann dementsprechend auch weiß und ihr könnt die Bosse umhauen. Mehr ist es nicht. Die beeinflussen weder die Stärke vom Boss noch was anderes und ihr könnt es auch in der Tanzphase machen, so wie mir das gesagt wurde. Also ihr müsst da auch nicht unbedingt hinlaufen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir dann schon mal Spiele abgestellt haben, die sich hingestellt haben. Sobald so ein Diener kommt, haben wir die angeklickt und dann gab es dann auch relativ schnell den Erfolg. Danach müsst ihr ihn halt nur noch runterspielen, den Boss. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Ich hoffe, der eine oder andere kann damit was anfangen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten The Chief and Guide Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.